30 Jahre jung, selbstbewusst und immer perfekt durchgestylt, das ist Nico Rosberg. Der Formel 1 Fahrer achtet stets auf sein Äußeres, auch beim Thomas Sabus Door Opening in München. Wir haben den Deutschfinnen kurz zuvor zum Interview getroffen und ihn nach seinem Style-Geheimnis gefragt. Heute habe ich zwei Sachen mehr an, die ich vielleicht nochmal jetzt anziehen würde. Aber ich würde nie so machen, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich finde es total cool, wie ich die jetzt heute so angezogen habe, mal zur Abwechslung, weil ich gerne variiere. Ich mache gerne was anderes und Vivian ist da meine Styling-Beraterin. Also da standen wir heute Morgen zu Hause und sie hat gesagt, das wäre gut, das wäre gut und so. Aha, Vivian ist also hier die Wurzel allen Stylings. Die Innenarchitektin ist schon rein beruflich eine Fachfrau für Gestaltung und Kreation. Nico erklärt, was sie zur perfekten Styling-Beraterin macht. Also ich habe keine Vision, wie sie es hat. Sie kann sich dann, egal was, schon vorher visualisieren, bevor es überhaupt existiert. Das habe ich überhaupt nicht. Aber ich kann sehr gut beurteilen, wenn es einmal dasteht, ob es cool ist oder nicht. Vivian hat die Vision und Nico segnet ab. Perfektes Teamwork, das ja ganz offensichtlich funktioniert. Das sind ja ganz offensichtlich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020